Hallo zusammen, mein Name ist Sedeck Rauers von Weidwerk. Was ist Weidwerk? Wir haben mit Weidwerk ein Programm entwickelt, das sich Help & Hunt nennt, nach dem Vorbild von Work & Travel, also ein Programm für junge Jäger, die für günstigere Preise im Ausland jagen können. Wenn ihr mehr Infos dazu haben möchtet, schaut einfach mal rein, facebook.com. Im Folgenden möchte ich euch die Savage Hawk Hunter 110 präsentieren. Da jage ich schon seit einiger Zeit mit und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.